Der Zusammenbruch der Schweizer Großbank Credit Suisse und mehrerer US-Banken wie der Silicon Valley Bank, SVB, erschüttern aktuell die Finanzmärkte. Die SVB rangiert mit einem Vermögen von über 200 Milliarden US-Dollar auf Platz 16 der größten US-Geschäftsbanken, womit ihr Kollaps der größte Bankausfall in den USA seit der Insolvenz von Lehman Brothers im Jahr 2008 ist. Noch bis zum 9. März stand die SVB angeblich auf einer soliden finanziellen Basis und hatte auch alle sogenannten Stresstests bestanden. Wie kam es nun zu diesem überraschenden Zusammenbruch? Steckt womöglich mehr dahinter? Ein Auslöser dafür war, dass Risikokapitalanleger wie der Founders Fund des Milliardärs und Bilderbergers Peter Thiel sowie einige große US-Geschäftsbanken, darunter JP Morgan, den Einleger rieten, ihre Gelder abzuziehen. Thiel vertritt die Theorie der schöpferischen Zerstörung, die besagt, dass Zerstörung notwendig ist, damit Neuordnung stattfinden kann. Dies führte zu einem wahren Bankrun, durch den an einem einzigen Tag 42 Milliarden US-Dollar abgezogen wurden. Der darauf folgende Zusammenbruch der SVB erschütterte dann das Vertrauen der Kapitalanleger derart, dass zusätzlich eine Kapitalflucht in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar von den kleineren Regionalbanken hin zu den Großbanken ausgelöst wurde. Die Großbanken waren also die Gewinner. Dies ist aber nur ein Teilaspekt der aktuellen Bankenpleiten. Der Hauptauslöser liegt in der Geldpolitik der US-Notenbank FED. Diese hielt auch viele Jahre die Zinssätze bei Null und brachte in unvorstellbarem Ausmaß neues Geld in Umlauf. Die Banken nahmen dieses Geld gerne auf. Ja, sie lebten davon. Sie investierten es in Spekulationsblasen und versuchten gleichzeitig das Risiko durch Investitionen in scheinbar sichere Staatsanleihen abzufedern. Dies änderte sich plötzlich, als die FED Ende 2021 ihre Geldpolitik aufgrund der durch die Geldschwämme verursachten hohe Inflation änderte. Sie erhöhte die Zinsen dramatisch und schränkte gleichzeitig die Geldmenge ein. Die Folgen dieses Handelns sind für die Banken existenzbedrohend. Der Geldstrom, von dem sie lebten, ging immer mehr zurück, während gleichzeitig die steigenden Zinsen zu einem Kursvorfall bei den Staatsanleihen und zu hohen Verlusten bei Kredit- und Leasinggeschäften führten. Im Fall der SWB betrug der Verlust allein bei den Staatsanleihen 15 Milliarden US-Dollar. Im gesamten Bankensystem der USA wurde durch die Zinspolitik der FED sogar die unglaublich hohe Summe von ca. 1,9 Billionen US-Dollar vernichtet. Bei einem Gesamteigenkapital der US-Banken von weniger als 1,8 Billionen US-Dollar bedeutet dies, dass das US-Bankensystem kaum mehr liquide und quasi insolvent ist. Die FED hat somit durch ihre Geldpolitik gezielt eine Bankenkrise ausgelöst, die auch die bereits angeschlagene Credit Suisse erfasst hat und zu einem weltweiten Finanzcrash führen kann. Nach außen hin versucht die FED, diese Probleme durch das Bank Term Funding Programm BTFP zu lösen. Mit diesen übernimmt sie die Garantie für alle Einlagen der Mitgliedsbanken, wodurch die Einleger geschützt und die Banken selbst bei Zahlungsunfähigkeit weiter betrieben werden können. Was wie eine entschlossene und energische Rettungsaktion zur Stabilisierung des Finanzsystems aussieht, ist bei genauerer Betrachtung jedoch ein äußerst geschickter Schachzug der FED. Sie übernimmt auf diese Weise die traditionellen Aufgaben einer US-Behörde und wird so zum allesbestimmenden Player im US-Finanzsystem. Bekannt dabei ist, dass die FED zur erfolgreichen Einführung und zur Akzeptanz der digitalen Zentralbankwährung CBDC in der Bevölkerung genau eine solche Stellung einnehmen muss. Denn erklärtes Ziel der FED im Verbund mit 114 anderen Zentralbanken und den großen Finanzinstituten weltweit ist die Einführung dieses neuen digitalen Währungssystems, welches das Ende des Bargelds bedeutet. Die Konten sollen dabei nicht mehr bei den regionalen Banken, sondern direkt bei der Zentralbank geführt werden. Um seine Einführung zu rechtfertigen bzw. zu beschleunigen, wird es jetzt den Einlegern als sicherer Hafen im Falle von Bank- und Finanzkrisen angepriesen, weil eben die Zentralbanken dann für die Einlagensicherheit garantieren. Vor diesem Hintergrund lassen sich die Bankruns und Finanzkrisen durchaus als Schlüsselereignisse einordnen, um die ahnungslose Bevölkerung in den sicheren Hafen der CBDCs zu locken und zur Annahme dieses neuen Währungssystems zu bringen. Der Haken ist, dass dieses digitale Geldsystem für die Menschen nichts anderes bedeutet als eine moderne Form der Versklavung. Es kann zum Beispiel jedes Konsumverhalten gesteuert oder auch regierungstreues Handeln durch Öffnen oder Schließen des Geldhahns erzwungen werden. Dadurch wird es denjenigen, die die Zentralbanken kontrollieren, möglich, der Menschheit ihren Willen aufzuzwingen. Dies sind superreiche Bankiersfamilien, wie zum Beispiel die Rothschilds, Rockefellers oder Warburgs, die auf ihrem Weg zu Reichtum und Macht vor keinem Verbrechen zurückschrecken. Da aktuell neben der FED auch viele andere große Zentralbanken, wie zum Beispiel die EZB, die Bank of England und die Bank of Japan, den Geldhahn zudrehen, könnte es jetzt zum großen Schlag kommen, um nach dem Prinzip der schöpferischen Zerstörung etwas Neues nach ihrem Sinn zu schaffen. Doch wird das auch gelingen, wenn viele Menschen über die Risiken und großen Gefahren dieses neuen Geldsystems informiert sind und dagegen aufstehen? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.